Welcome to Cronys YouTube Channel! Leave your like! Yo, wunderschönen Gutenberg, meine Sprulenspritzer. Cronys hier am Start. Wir rüsten uns erstmal einen ordentlichen Knackarsch aus. So muss das auf jeden Fall laufen. Von hinten hat man immer was zu gucken und suchen dann die Schatzkarte aus Pleasant Park. Ja, zeige ich euch ganz kurz, wo die ist. Könnt ihr geschmeidig hinfliegen, euch den Stern absnacken, ein Level machen. So, der Stern sollte genau hier neben Tiltetower sein. Ein bisschen reinzoomen, dass ihr das auch genau erkennt. Hier auf dem Berg nebendran. So ist es auf jeden Fall geleakt. Ich hoffe, es stimmt auch. Ich werde auf jeden Fall jetzt nachher erstmal pennen gehen, die ganze Nacht durchgezockt. Aber wir fliegen dann auch ganz kurz hin und gucken uns die Nummer an. So, wir sind auf jeden Fall mit unserem knackigen Knackarsch hier in der Luft. Und ihr seht es auch schon da vorne. Also hier auf 60 die zwei Bäume auf dem Berg. Da sollte der Stern auf jeden Fall aufploppen. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr müsst danach sterben. Ihr dürft nicht einfach rausgehen. Ansonsten bekommt ihr die Punkte nicht. Alles andere ist egal. Ansonsten könnt ihr euch den Stern natürlich schmecken lassen. Hier sollte der irgendwo sein. Hö, was machst du hier, Kollege? Hier sollte er sein. Könnt ihr runterhüpfen oder einfach am besten noch kämpfen, ja. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Über 24 Likes würde ich mich übelst freuen. Ja, wenn wir 60 Aufrufe hinkriegen wir auf jeden Fall auch lecker. Ich sag bis Spider-Man, haut rein und genießt die Woche 7 in Fortnite.